Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Hier stelle ich euch heute unsere Schottlandtour 2017 vor. Der Plan war, einmal im Uhrzeigersinn durch Schottland, dabei möglichst weit nach Norden zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die grobe Route ging von der Ostküste in Newcastle über Edinburgh, Stirling, vor William nach vor August am Loch Ness. Dann weiter nach Ullapol an der Westküste. Von dort über Dingwall in Vaness nach Dufthorne. Die Zeit rastet nur so dahin. Weiter nach Norden war in der kurzen Zeit nicht möglich. Wir mussten den Rückweg andrehen. Neue Marschrichtung zwischenzieht an die an der Westküste. Dann weiter über Edinburgh nach Newcastle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. One of these days I might not know you know But how can I be asked to know all the things that you won't show And how can I be asked to do this all Because every time that you're going to fade your sight away But don't know why that I ain't left here feeling this way And don't know why that I am left here at all Das ist so schön, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Oh, hey, baby, tell me now, cause I have waited far too long, tell me all the secrets you have left, and I don't have a lot to say, if you don't have a lot to tell, tell me all the things you hide away, cause every time that you had said those little words, and I had asked you if you felt that way, I don't wanna have to ask you anymore, I don't wanna have to ask you anymore. Guck mal, das hier ist der letzten Punkt. Ach du Scheiße. Da will ich nicht hoch. Das geht bestimmt zu der Antenne. Stimmt. Los am Auto. Und nee, ne. Nee. Verschillt, Punkt. Greezui. Pías Es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Invovigaden ist einer der nördlichsten gelegenen botanischen Gärten der Welt, der hier deutlich vom Rölfstrom profitiert. Die Loch-Ivy-Destillerie ist und war die kleinste schottische Destillerie. Hier sollte gezeigt werden, wie in der Frühzeit Whisky in den Highlights hergestellt wurde. Wir hatten hier wirklich interessante Einblicke in die private Whisky-Herstellung. Im Internet kann man lesen, dass die Destille jetzt verlassen ist. Auch die Webseite ist nicht mehr vorhanden. Der Küstenort Ullapool am Loch Brun ist die größte Siedlung in den sehr dünn besiedelten nordwestlichen Highlands. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fort George, die riesige Artillerie- und Verteidigungsanlage wird immer noch als Kaserne benutzt, steht aber in großen Teilen für Besucher offen. Die Runde ist in der Mitte von 1990 und fast, da ist es noch ein bisschen viel Wasser aus dem her. Es ist ein paar Meter der Vorschläge. Der Malt-Whiskey-Trail liegt innerhalb der Spicehide, das ist eine touristische Route, die acht der bekanntesten Brennereien eine Böckerei verbinden wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Es ist schwer zu sagen, dass ich nicht mehr lebe. Die Weise, wie es immer fühlt sich. Es scheint, dass ich nicht mehr lebe. Ich weiß, dass ich nicht mehr lebe. Ich bin nicht mehr lebe. Ich bin nicht mehr indo und Leute, die ich nicht machen. Soll ich die Inhalなら es nicht mehr lebe, und das ist Remote, der sie nicht mehr lebe. Ich bin nicht mehr kürelt. Ich bin nicht mehr Artist, mehr und nicht mehr. denn ich bin nicht mehr in Baden-Canada und die Tag, die Ich ruhe Hoche gehört. Ich bin nicht mehr sicher! Ich bin nicht mehr fütend, Ich bin so schön. Ich bin so schön. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik